Ja, also worüber sprechen wir dann heute? Wir sprechen über den Termin von heute Morgen. Ja, genau. So, werde mich aber aufs Fahren konzentrieren. Ja, der Termin geht eigentlich um die Firma AECI. Das ist einer der südafrikanischen großen Unternehmen. Die produzieren Sprengstoff und Ammonium-Sulfat und einen Haufen anderer Produkte. Aber die haben auch einen Haufen Engineering und haben auch ein Riesengrundstückportfolio. Und wir haben jetzt heute mit den Industrieportfolioversammlungen da zusammengesetzt. Die machen für das ganze Industriegebiet in Durban, in Pazilinatal, in Südafrika, die ganze Wasseraufbereitung von der Industrie. Und die Anlage, die sie im Betrieb haben, eine der Anlagen, die haben sieben Anlagen vor Ort, hat unheimliche Probleme mit Aufbau von Schlamm und Schlag in der Anlage. Und Blue Planet Südafrika hat jetzt seit Januar, haben wir Versuche gefahren im Labor bei uns, wo wir von diesem Schlamm bearbeitet haben. Wir haben unsere Mikroben und Enzymen entsprechend, was ist das richtige Wort hier, erzogen dazu oder dazu entkonditioniert, dass sie diesen Schlamm abbauen können und zweitens, dass sie nicht in dem Prozess sterben, weil das ist relativ toxisch und das ist ein Sonderabfall, dieser Schlamm. Und das muss zur Sondergrube, zur Behandlung und das sind 1400 Kilometer entfernt, in Hallfontaine in Johannesburg. Die produzieren mit dieser Anlage 600 Tonnen im Jahr von diesem Schlamm, der dann transportiert muss auf diese gleiche Straße, die wir jetzt zur Zeit fahren. Und das ist ein riesengroßes Gesundheitsrisiko erstens und zweitens, das ist mit massiven Kosten verbunden. So, unsere Aufgabe war zu sehen, ob wir eine biologische Lösung dafür finden können. Und wir haben Versuche gefahren, dadurch, dass, wie ich gesagt habe, dass wir die Mikroben konditionieren und denen beibringen, was sie essen werden. Und eine Mikrobe hat ja keinen Mund, die muss alles durch die Zellmauer aufnehmen. Und dadurch muss man Exoenzymen wachsen lassen, die die Feststoffe abbauen können, sodass die Mikrobe, die das dann aufnehmen können. Ja, also wir haben von diesem Schlamm genommen, zu uns hochgebracht. Wir haben die Mikroben dann mit diesem Schlamm zusammen großgezogen und vermehrt, bis dass wir sicher waren, dass die Mikroben widerstandsfähig sind gegenüber das Gift oder die Toxizität von dem Schlamm. Und haben dann die Versuche bei uns gefahren mit Nanobelüftung. Und die Nanobelüftung, das sind ganz, ganz kleine Luftblasen, die negativ geladen sind und die dadurch, da können wir 220 Millionen kleine Luftblasen pro Milliliter Wasser einfügen. Diese Nanobubbles, die haben einen sehr, sehr hohen Oxidationfaktor und geben auch die Luft, die nötig ist, oder den Sauerstoff, die nötig ist für die Mikroben, um besser zu funktionieren. So, wir haben den Versuch, wir haben eine Woche lang, haben wir die Mikroben beigebracht, was sie essen werden. Und dann, wir haben quasi 10 Liter aufbereitet und dann auf der ganzen Probe brauchten wir nur 20 Milliliter von diesen Mikroben einsetzen. Wir haben über zwei Wochen mit der Nanobelüftung und mit diesen akklamatisierten Mikroben haben wir es geschafft, um 34,5 Prozent von diesen Fährstoffen abzubauen. Das wird für den Kunden eine riesengroße Einsparung heißen, weil die bezahlen quasi jetzt pro Fracht nach Johannesburg 60.000 Rand umgerechte 2.500 Euro pro Fracht. Das ist nur die Frachtkosten und noch gar nicht erst die Sondermüllabfuhrkosten. Ihre Kosten im Monat begleichen so um die 150.000 bis 200.000 Euro für die Abfuhr von diesem Schlamm. Und wie wir den heute im Vortrag gezeigt haben, wird das den ungefähr 15.000 Euro im Monat kosten. Das heißt, das ist 10 Prozent von den Kosten, um das mechanisch zu entfernen und dann wegzufahren zu so einer Müllhaltung. Der Kunde hat gefragt, dass wir das jetzt schriftlich festhalten, die Kosten. Und die werden dieses Verfahren bei sich einsetzen. Aber haben dann auch gleich gesagt, dass die noch mehrere andere Stellen haben vor Ort, die sie gleich auch bioremediate möchten oder wo sie biologisch arbeiten möchten. Die wollen oder die Zusage von AECI ist, dass sie ihre Fährstoffe, die sie zu Landgut oder zu Sonderabfüllung nehmen, dass sie das um 20 Prozent vermindern wollen bis 2025. Das heißt, die suchen andere Wege, indem man diesen Waste-Stream, wie der genannt wird, vermindern kann. Wir werden diese Woche noch das Angebot zukommen lassen, nachdem wir jetzt das Projekt besprochen haben. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten vier bis sechs Wochen vor Ort anfangen werden.